Wollte ich mich jetzt hier langweilen, oder was? Das ist aber nicht so, wie Carsten es meinte. Und jetzt irgendwie mit C dieses Dingsbums. Geht nicht. Ich muss, wenn ich das Ding hier komplett oben habe. Was wollt ihr denn mit dem Gabelstapler? Ja, aufladen. Gabelstapler gibt es nicht. Ich habe einen Kran. Einen. Ja, reicht doch. Bei Menschen. Ich finde den Fehler. William, wird das halt noch was? Schieb das Ding jetzt komplett da rein. Geht aber nicht. Du musst oben das Element da rein tun. Ja, eben. Ja, aber das obere Element, das... Geh mal raus, Kurt. Bitte. Kommen Sie mal raus. Hier, hier ist sie raus. Warte mal, Leute. Lass mal eben kurz gucken. Also. Wenn es alle essen, dann ist ich jetzt auch. Erstmal das Ding hier wieder hoch. Komm, 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 komm. Also guck, dass einer nicht ist, sonst kommentiert ja keiner. Qualitätsoffensive Zeit, aber auch nicht so. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie mit meinem Haken da dran komme. So, jetzt ist das Ding in Grün. So, jetzt müssen wir den Haken bis weiter ausfahren und bis nach links. So, dann einmal da ein bisschen länger und dann den Winkel ein bisschen ändern, damit wir da auch reinkommen. Das ist wichtig, weil sonst klappt das ja nicht. Wie habe ich das denn gemacht? Ja, aber Leute, wie kommt ihr denn mit dem Haken in die untere Reihe? Das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Wirklich? Ja, aber da ist das Ding im Weg. Nein. Also oben klappt das gut. Den kannst du da drunterschieben. Kuh, ey. Mein Haken, nein, der kann zwar anders drunter. So. So. Was macht der denn da von der Scheiße? Ich glaube, die ist in der untere Verschalung nicht drin. Weil dein Bohrer guckt ja hinten raus. Ach, müssen beide Ringe grün sein, oder was? Siehst du, mit S kippst du das Ding nur. Da kippst du das nach oben oder zur Seite? Hm. Hm, hm. Braucht es aber wirklich einen Gabelstapler. Und zwar, man kann mit dem Pritschenwagen mit Kragen, kann man nicht genau hinten direkt an die Ladefläche, also ans Führerhaus aufladen. Den Platz brauche ich aber. Warum geht das denn jetzt wieder nicht? Das klappt halt nämlich nisch. Muss ich zweimal fahren, das ist ein bisschen blöd. Warte, Josch, warte. So passt das nämlich mit das gerade, ja, da passe ich mit denen nämlich gerade so rein. Na, ist das gut. Hast du alles aufgeladen? Äh, ich hab zwei Sachen aufgeladen. Brauchst du denn noch Platz? Ja, ich muss so ein bisschen umladen, weil man kommt ja mit dem Ding nicht direkt da dran. Der Bohrer, der hängt da hinten irgendwie raus. Bruder, Bruder. Der war doch grün. Das ist ja das. Wo bist du? Bist du am Baustoffhändler in der Stadt oder? Ja, Stadt, genau. Der ist ja gegen... Dann kann man nämlich ein bisschen... Da. Wie kann ich das Ding jetzt leer machen? Keine Ahnung, irgendwie... Kannst du einfach in den dritten Mal mit Kran einsteigen, wenn du hierhin möchtest. Irgendwie musst du damit ja rumbohren. Oh. Ja, sieben mal raus. So, dann gehen wir mit dem anderen rund. Ja. Oder auch nicht. Warte, da steht noch was. Ah. Jetzt. Dann stecken wir da mal wieder ein. So. Ich glaube, du müsstest nur ein Stück zurück, oder? Mhm. Da. Ich kriege das jetzt hin. So, glaube ich. Ja. Ah, da zieht fein aus. Ah, da zieht fein. Piep, 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 piep. Ja, jetzt muss das Dingspunkt da drauf, ne? Dann einmal da drin. Dann kann man das reinbohren, glaube ich. Ich glaube, so. Dann haben wir einen Meter weg. Was bohren wir da überhaupt? Bohren wir da den Anschluss für Abwasser, oder was? Also, für die Säulen. Für die, also, die Säulen, quasi. Anker. Cool. Hallo, Joch. Hallo. Wuh. Alter, mit was kommst du hier angefahren? Mit unserem geilen Auflieger. Ja, aber der ist ein bisschen zu groß für den... ...mallen Shit, den wir hier transportieren müssen. All that smallness shit. Oh, ich bin so geliebt da. Ah, das sieht doch jetzt besser aus. Nein, nur dann, nein, 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 nicht die Stützfüße. Okay. Nicht die Stützfüße. Warte mal. Was ist denn so schlimm an den Stützfüßen? Also, die Physik ist eher ein bisschen bescheuert. Warte mal, ich sicher mal kurz, fahre lieber mal so einen halben Meter, äh, weg, weil ich komme da mit dem Stab da nicht richtig hin. Danke. Ach, ich bin nicht mal falsch eingestiegen, äh, ich bin ja auch falsch eingestiegen. Nein, ich bin ja auch falsch eingestiegen, ich wollte eigentlich deine Ladung entdecken haben. Ey. Ja. Yes. Ich stecke hier die ganze Zeit in diese scheiß Dinger ein. Ja, Chef ist von der, äh, Pritschenwagen mit Kranlobby bezahlt. Jupp. Nutzt den Scheiß, nutzt den Scheiß. Wir haben jetzt so einen riesen Auflieger und wir brauchen den gar nicht. Weißt du, für so ein Stadion brauchst du mehr, äh, Goodies als für dieses Hochhaus momentan. Ja, nee, ja gut, doch, wir, wobei wir haben schon die Bohrung gebraucht. Stimmt. Oh, ich hab gerade ein paar Autos weggestellt. Innovation. Innovation, Derek Sides. Wobei für das andere haben wir, dass die andere Dinge gebraucht, dass, wie heißt das, das Plattwalze-Ding? Das Plattwalze-Ding. Boah, plattbezeichend. Das Problem ist, du musst das Ding immer wieder leeren, sonst funktioniert das immer nicht. Okay. Musst mir doch vorhin auch nicht. Ja, jetzt aber. Jetzt merken, jetzt ist es, es ist der Schwierigkeit, der Schwierigkeit des Modus erhöht. Ja. Ja, jetzt. Ja, das merke ich allein daran schon, dass wir 47 Schritte haben, bis wir den Kran fertig haben. Ja, was müssen wir, lies mal vor, was noch so alles zu machen ist. Das würde mich immer interessieren jetzt. Vorbereitung der Elemente gießen, zwei Zementsäcke von einem Baustoffhändler, zwei Wandgrundierungen, eine Verschalung, achtmal Fertigwand, gießen, baggern, bohren, gießen, gießen, baggern, bohren, transportieren. Fertigwand, gießen, baggern, bohren, gießen, gießen, baggern, bohren. Kann man einen Kran hier wegmachen, ich komme hier nicht mehr hin. Einmal gießen mach ich. Ja, warte. Was, Kran wegmachen? Ja, den Kran. Warte, kein Problem. Der Kran-Ding ist da auf dem Weg. So. Danke. Danke. Ja, ich trag den Kran mal kurz weg. Ja, ist nicht schwer. Gerne, Karsten. Komm, ich da, gering. Gering, 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 gering. Gering, 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 gering. Gering, 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 gering. Jetzt, zack. C. Ja, Mann, warum klappt das bei Karsten? Ja, du musst jetzt das erstmal, muss das tiefer gebohrt werden. Erstmal abschütteln. Und dann, genau. Äh, falsch. Also Bohren-Untersding reindrücken, oder nicht? Ja, hab ich ja gerade, aber jetzt ist der Bohrer wieder voll. Anlaufstall Gleitgel. So, es muss einfach dahinten fahren. Aber wie sauber dieser Bohrer ist dafür, dass man so richtig viel Dreck bohrt hier, ne? Dreck am Stecken hat, genau. Dreck am Stecken hat. Ich inspiziere das Loch mal von unten, Karsten. Ey, jetzt ist schlimm. Also, jetzt ist echt schlimm. Das Loch. Karstens Bohrung hier. Ja, jetzt kommt der Julian dann nicht mehr raus. Doch, der Karsten zieht mich hoch mit dem Bohrer. Ja, zieh ich mich voll runter, Alter. Jetzt beutet er sich wieder runter, verdammt. Oh, so. Driburger, ey. Ich zeig dir gleich mein Driburger, ey. Kennst du die Kopfhörer von Dr. Dreh? Guck mal, ich bin wieder draußen. Dr. Dreh, bock. Julian, spring doch mal rein. Warum? Weil du mich jetzt mit Beton vollgießt. Nein, spring einfach mal rein. Okay. Um den James zu belustigen. Lass uns doch mal den Bohrer weg. Ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Doch, komme ich wohl. Schade. Ich kletter einfach in den Bohr hoch. Was ist denn da jetzt? Keine Geduld, der James. Nee. Du musst ja erst mal das Drehbaugerät loswerden. Alter, schön mit Stahlseil. Aber es ist schön elastisches Stahlseil. James, du musst noch deine Rutsche ausfahren. Jawohl. James, die Rutsche. So, warte. Die Feuerwehrrutsche. Warte, ich sag dir, ob du ein Stückchen weiter noch rückwärts fahren müsstest du. Nö, ich treffe. Nein, ich treffe. Könntest du zwar besser treffen. Nee. Besser bei uns in der Firma, was? Boah, toll machst du das. Achso, mach den Baustellbereich frei. Bodo und Betonmischer. Mach doch den Beton aus, der ist teuer. Hey, aber ernsthaft, was passiert euch, wenn das Ding jetzt leer ist? Müssen wir dann einfach zu dem zu dem Betonmischer-Maschinen-Kieswerk fahren. Ach nee, jetzt müssen wir wieder so ein Ding machen. Kieswerk fahren. Das mach ich dann mal. Ja, dann boah, du mach ich. Stell dir das mal dahin. Kann ich das nächste Mal bohren? Nö, ich glaub nicht. Gießen kommt doch erst wahrscheinlich im nächsten Schritt, ne? Also Schritt 3 ist auf jeden Fall transportieren. Den Scheiß hab ich jetzt schon mal hier. Gieße die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle. Hm. Dann müsstest du doch jetzt gießen können, oder nicht? Bei dem Loch. Warte mal mal ein. Hä? Hallo, roll dich weg. Arschloch. Hey. Der Carsten kann die Rohre nicht anhaken, die Rollen vor ihm weg. Hä? Ach, du, weißt du noch. Und einfach in den gelben, in den gelben Halbkreis, in die gelbe Kugel da, auf der anderen Seite rein. Diese und diese und diese. Damals, als wir es in den Rohren versteckt haben. Ja, ich krieg dir aber nicht. Du bist nicht nah genug dran. Wo bin ich denn jetzt? Dann gieße ich halt nicht. Du bist jetzt gerade im Boden. Im Boden? Ja. Du, let's drive mal wieder eine Runde. Wo komm ich denn hier? Oh ja. Im Boden. So. Du hast doch eine Haken-Verförderkamera. Ja, da bin ich gerade. Du kriegst den roten Haken hier nochmal hoch. Ach ja. Schon peinlich, ne? Boi. Zack. Ganz schnell angehakt. Boah. Das ist wie sexuell. Wie sexuell. Aber ganz schnell hier. Wie sexuell dieses Spiel eigentlich ist da. So, du musst da glaube ich erst mal bohren, oder? Na, muss ich? Nee. Weil das Ding ist rot. Ja, das ist rot. Geh da mal in die Markierung. Vorsicht, das schenkt so rum. Ach echt? Boi. Da, jetzt ist grün. Siehst du? So. Dann 47. Oh, da schon. Ich gehe da wieder weg. So. Oh, Fertigwandfabrik. Haben wir ja für Sonderaufträge. Aha. Lagerhalle mit Anbau-Büro. Ist das nicht so nur so Transportzeug? Notlichtmasten für das Stadion. Oh, das müssen wir weiterbauen. Cool. Weil das finde ich cool, dass du so eine Story hast. Ja, voll die Story. Ist ja wie bei Mafia. Wenn wir den James jetzt noch überreden, dass er sich die beiden DLCs holt, dann haben wir noch viel mehr Missionen. Noch mehr Storys haben wir dann. Und noch mehr Geräte zum Kaufen. Wer kommt denn da mit deinem LKW? Ja, das bin ich mit den Bauern... Alter, was ist das für ein Stau hier? Was ist das für ein Stau? Ach, guck mal, jetzt muss ich... Ich hab mal die Flutlichtmasten angenommen. Hey. Komm, wir machen mal Flutlichtmasten. Josh. Julian Drämer. Ja, können wir machen. Ich hab hier transportiert. Ihr könnt euch das Zeug nehmen. Nein, wir machen jetzt... Wir machen jetzt erst hier alle das Hochhaus. Ja, wir gehen... Wir bohren alle fünf gleichzeitig. Ja, guck doch mal. Ich hab das Ding schon angehaktet. Ich hab schon alles vorbereitet. Ich stehe bei sonst die ganze Zeit nur rum. Ja, eben. Ja, eben. Dem Julian beim Bohren zugucken. Der Josh wollte hier auch nochmal bohren. Auch nochmal bohren. Bababababohren. Babababohren. Babababohren. In der Nase bohren wollte ich euch auch nochmal. Sehr schick hier. Ich würde ich mit dem Carsten ganz gerne mal gucken, was er den Flutlichtmasten macht. Ja, finde ich auch cool. Es gibt auch 200.000, Alter, finde ich. So, guck mal. Jetzt muss jemand noch das neue Ding da draufsetzen. Wie entleere ich denn den Bohrer? Mit rechts und links drehen. Na, Bohr, Bohr, ja. Aber bitte nicht über dem Loch, ne? Was fährst du jetzt weg? Ja, ich muss jetzt weg, ja. Ja, ganz schnell, rechts und links. Warte? Nee, nicht damit, mit dem anderen dem Bohrer. Ja, ich weiß, aber ich wollte erstmal hier. Ich will mich schon drunter stellen. Mir gefällt das. Hochzeichen. Funktioniert nicht. Ja, du musst das auch rechts und links machen und nicht in alle Richtungen.